Ach, Inder müsste man sein. Äh, was? Nimm schon auf? Ähm, ich mein natürlich, ähm... Ich kenn doch schon sicherlich Fladen, ne? Die Random-Quots so ein bisschen verfolgen. Mag der Cleverbot Schokoladenfladen? Okay, Cleverbot, lass mich jetzt nicht in den Stich für die Zuschauer. So, magst du... Schreiben wir einfach mal Schokoladenfladen. So. Magst du es? Oh, er liebt es, wie es aussieht. Oh, ich liebe Schokolade. Ist hier der Dommel am Start. Okay, die wichtigste Frage. Magst du Indien? Er kennt Indien nicht. Ja. Ich... bin Meg. So alt bin ich. Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wissen wir, der Cleverbot mag Schokoladen, aber kein Fladen. Das ist eine Tatsache. Und er kennt nicht Indien. Ah. Ah. Da. �